Ganz am Anfang, da war das Licht und es formte sich. Es kann auch mich formen. Das Licht sorgt dafür, dass für mich und für andere immer wieder Anfänge möglich werden. Und durch meinen Glauben vertraue ich darauf, dass auch ich eine Person bin, die ausstrahlen darf. Ich und wir alle, die glauben. Ich glaube, um auszustrahlen, muss ich auch mal an die Orte gehen, wo es sich für mich ein bisschen unwohl oder auch finster anfühlt. Ich denke da an die politische Diskussion letztens an der Straßenbahnhaltestelle, die sich ziemlich finster angefühlt hat. Ich denke an Trennungen und Tränen im Bekanntenkreis, die unangenehm mitzukriegen und auch mitzutragen waren. Ich denke an eigene Zweifel und Sorgen, die sich manchmal finster anfühlen. Doch genau in solchen Situationen hineinzufunken, heißt Licht zu sein, heißt es für andere auch wieder hell zu machen und da zu sein. Der Imperativ beim Wochenspruch, wandelt als Kinder des Lichts, trifft es genau da, eben auch rauszugehen und nicht nur stehen zu bleiben und sich einzumuckeln. Letztlich sind das die Erträge des Lichts, Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte bzw. Herzlichkeit, die da am Ende stehen, wenn wir im Licht wandeln und Licht sein wollen. Und für andere heißt das ein Neuanfang, ein Licht, das sich formen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.